So, grüß Gott, schönen guten Abend, herzlich willkommen zur Pressekonferenz des ERC Ingolstadt nach der Partie gegen die Augsburger Panther. Ich darf beide Trainer begrüßen, zu meiner linken Augsburgs-Coach Larry Mitchell und zu meinem rechten ERC-Coach Bob Menno. Und natürlich zuerst Larry Mitchell, ihr Statement heute Abend. Sehr gratulich an Bob, an Greg, an Ingolstadt. Gut, ich denke, über 40 Minuten haben wir sicherlich nicht schlecht gespielt, vor allem im zweiten Drittel haben wir genau zwei Torschüsse erlaubt. Und gut, für mich Schlüssel zu sehen, in den ersten 40 Minuten war das erste Gegentor. Wir waren wieder mal nicht in der Lage, kurz vor Drittelende die Scheibe aus der Sonne rauszubringen. Und ja, gegen starke Spieler wie Bobby Ren und Greilinger wird man eiskalt bestraft. Wir haben statt einer 1-0-Führung nach dem ersten Drittel eine bittere Gegentor. Und die nächste Schlüsselscene für mich ist, wie gesagt, im zweiten Drittel haben wir sehr, sehr gut gespielt, waren sicherlich spielbestimmend. Und spielen ein sehr starkes Unterzahlspiel, genauso wie wir vorgenommen haben. Und die Scheibe trifft Jeff Leichens im Schlittschuh und landet in unserem Netz. Und natürlich, wenn wir so weit unten, wie wir momentan sind, solche Tore bringen uns leider aus der Fassung. Wir versuchen, die Mannschaft wieder aufzubauen. Aber wieder mal, wie gesagt, so ein Tor bringt uns wieder, wie gesagt, aus der Fassung. Im letzten Drittel haben wir sicherlich viel zu viele Strafzeiten genommen. Und ja, wir haben keinen Thomas Greilinger in unsere Reihen. Und der hat dann die nötigen Tore im letzten Drittel. Aus einem Spiel, der vielleicht ein bisschen ausgeglichener war, als einer 1-5 aus unserer Sicht. Und natürlich waren gerne die Punkte dann verdient an Ingolstadt. Dankeschön. Dankeschön, Larry Mitchell. Bob Menno, Congratulations to your big win tonight. Ja, definitely, that was a big three points. You know, basically missing 30% of our lineup, missing those five players. The team fought hard. We battled. You know, the first period wasn't so-so. I think the goal at the end of the first period gave us a little bit of confidence. The second period, we didn't have much going. They had a chance, probably, and Dimitri played a great second period. Kept them out of the game, basically. And the third period was good for us. That was our best period by far. And you could see the team came together. Got a little confidence on that second goal. And the team was very determined in the third period to win this game and get the three points. And I'm very proud of the team. I'm very proud that they could battle like that with the lineup that we put out there tonight. Thank you. we'll see you next time. Thank you. It's been a bit of a tournament. We'll see you next time. I'm happy to see you next time. We'll see you next time. Thank you. Thank you. Vielen Dank.